Wir begeben uns in die Pariser Katakomben. Hiermit starten wir eine Serie in den Eingeweiden der Stadt Paris, zwischen wortwörtlich Leben und Tod. Neben den lebenden Menschen, die hier unten rumlaufen, auch Kettefights genannt, liegen mehr als 6 Millionen Tote. Hier kommt alles zusammen. Tote von der Pest des 1. sowie 2. Weltkriegs, als auch aktuelle Morde, wo die Leichen zur Vertuschung irgendwo unten abgeladen werden. Als ob das nicht schon genug wäre, besteht die Gefahr, wenn auch gering, dass Tunnel einstürzen könnten. Oder andere Menschen begegnen, die nicht zum Spaß da unten sind, sondern da unten sind, um andere Leute auszurauben. Die Gefahr von der Polizei oder auch der sogenannten Katakombenpolizei erwischt zu werden. Die dort unten auch patrouillieren, um andere Menschen, die natürlich nicht legal da unten sind, zu suchen und zu finden. Schaltet ein, wenn es heißt, Pariser Katakomben Staffel 1. vidé sind von der Legende Biret. Von der 20. in der 20. 1. Welsen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020